Aber einmal Knusperprobe. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten Video im Jahr 2019. Das war ja wohl nichts nochmal. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr natürlich. Natürlich gibt es wieder ein Food Diary für euch und wie oft habe ich jetzt eigentlich natürlich gesagt? Zweimal? Geht ja noch. Hört sich trotzdem irgendwie doof an. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Es gibt natürlich wieder ein Food Diary für euch. Und bevor ich es gleich vergesse, ich wünsche euch auf jeden Fall morgen oder ab morgen schon mal super, super schöne Weihnachten. Habt ein paar ganz, ganz tolle Tage mit euren Lieben. Genießt die Zeit und kommt auch ein bisschen zur Ruhe, wenn ihr die Möglichkeit habt. Vor allem gönnt euch auch was Leckeres. Denkt dran, ich sag's ja immer, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Insofern genießt die Leckereien. Abnehmen und durchstarten können wir alle wieder ab Januar. Da gibt's wieder hier jede Menge Motivation für euch. Ich kann euch nur sagen, wie ich das mache die Tage über. Das müsst ihr nicht genauso machen, aber ich werde es mir auf jeden Fall richtig gut gehen lassen. Werd auch nicht Low Carb essen, sondern ich hab ja auch leckere Plätzchen gebacken. Und es gibt super schöne, leckere Sachen überhaupt zu essen an Weihnachten. Also ich werde da auf jeden Fall nicht drauf verzichten und freue mich da riesig drauf. Jetzt ist 2018 auch schon fast rum und ich möchte euch an der Stelle auch nochmal ganz, ganz fett Danke sagen für ein super tolles Jahr hier mit euch. Es macht mir wirklich jede Menge Spaß. Ich freue mich schon riesig aufs Jahr 2019 mit euch, wünsche euch an der Stelle auch schon mal einen super guten Rutsch. Feiert wie gesagt schön Weihnachten, feiert schön Silvester, lasst es euch einfach gut gehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in 2019 direkt wieder. Nächste Woche Sonntag kann ich euch jetzt gerade schon mal Bescheid sagen. Wird nämlich ausnahmsweise mal kein Food Diary online kommen, denn ich gönne mir auch mal so eine Woche komplett Urlaub. Mal gucken, vielleicht werde ich das ein oder andere Mal mitfilmen an Weihnachten, weil euch ja vielleicht auch interessiert, was es so Leckeres gibt. Und mal gucken, da schneide ich euch dann vielleicht ins Jahr 1. Food Diary 2019 irgendwie mit rein. Habt auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich sage schon mal lieben Dank fürs Zuschauen und bis nachher. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Zuckerfreien Schokodrops, zuckerfreier Schokosoße, zuckerfrei, zuckerfrei. Die Sachen habe ich euch mal in der Infobox auch verlinkt. Ja, das werde ich jetzt futtern und dann werde ich mich nachher auf den Weg machen nach Nürnberg und schleppe euch logischerweise mit. So, gleich geht's los und vorher muss noch mal ein kleines Riegelchen hier dran glauben. Jo, da sitze ich dann im ICE über Frankfurt nach Nürnberg. Da musst du dann noch einen Riegel dran glauben. Hier, einer meiner Liebsten mit Peanut. Und hier habe ich euch mal das Hotel gefilmt von außen. Das war direkt in der Nähe vom Bahnhof. Das war wirklich ein mega, mega schönes Hotel. Vor allem auch alles total weihnachtlich geschmückt. Ja, und dann zum Christkindlmarkt ging es nicht an dem Tag, weil es hat auch voll geregnet, sondern wir waren im Blockhaus lecker essen. Da gab es dann für mich ein kleines Steak mit einem Salat dazu. Und hier bin ich jetzt beim Frühstück. Das war auch wirklich ein richtig tolles Frühstücksbuffet, was wir da hatten. Natürlich wird erstmal mit Kaffee gestartet. Logisch. Und dann habe ich mir hier noch verschiedene Sachen geholt. Ihr seht es ja, Lachs, Käse, ein bisschen Wurst, Gemüse, Rührei gab es dann auch noch. Vor Mittagessen habe ich euch Fotos gemacht. Da war es mir zu peinlich zu filmen. Ja, da hatten wir auch Buffet und da habe ich mir auch, wie ihr seht, ein Stück Räucherlachs geholt. Ein bisschen Rucola-Salat und Hähnchen und Quark. Und danach gab es dann noch Truthahn-Curry. Das war super, super lecker. Das sieht jetzt relativ klein aus, die Portion. Ich war aber insgesamt dreimal dran. Kann man mal machen. Hallo. So, mein Termin ist jetzt durch. Ich esse jetzt erstmal einen Riegel. Eigentlich wollte ich ja noch auf den Christkindlmarkt hier. Aber das Wetter ist total mies. Ich werde mal gucken, ob ich da heute Abend noch hinstiefel und ob ich noch was anderes futter. Das Wetter war leider wieder ziemlich bescheiden. Aber ich bin trotzdem einmal kurz über den Christkindlmarkt und habe mir da standesgemäß eine Bratwurst geholt mit Sauerkraut und Senf drauf. War super lecker. Ja, und zum Frühstück gab es dann wieder für mich Rührei. Und diesmal, ja, so ein bisschen, ja, so eine Wurstkäseplatte. Auch noch ein bisschen Quark dabei. Frischkäse. Danach gab es noch Quark mit Obst und Nüssen. Und ja, hier seht ihr nochmal was Kaffee. Und wie ihr seht, die Kanne war leer. Pech gehabt. Ja, auf dem Rückweg. Hashtag Riegelopfer. Mal wieder ein Peanut-Riegel. Und danach noch ein Peanut-Riegel. Aber diesen anderen, ne? Diesen Protein-Nut 2, die sind ja beide ganz, ganz lecker. So, endlich wieder zurück an heimisches Herd. Gibt Auflauf mit Bolognese für Mann mit Nudeln. Für Frau Low Carp mit Rosenkohl. Kocht hier gerade. So, Dele. Dann haben wir hier einmal Rosenkohl, die fertigen Nudeln. Und die Bolo, die wird jetzt fleißig aufgeteilt. Natürlich noch ordentlich Käse drüber. Und dann kommt das jetzt in den Ofen und wird überbacken. Ach, ich freue mich, endlich wieder selbstgekochtes. Mhhh, lecker! Und wo geht's damit wieder hin? Beziehungsweise wo sind wir wieder? Auf dem Sofa. Es ist doch jetzt jeweils noch die Hälfte übrig geblieben. Also nicht von dem, was auf dem Teller war, sondern was in der Auflaufform war. Das gibt's dann wohl morgen. Und ja, so ein bisschen Hüngerchen ist noch da. Deswegen gibt's noch einen Schokoladenpudding. Moin, Zen! Das gibt es heute zum Frühstück Griechischer Joghurt mit, naja, ihr seht's ja, ne? Tschööö! Es gibt jetzt noch mal in der Mittagspause schnell ein Riegelchen. Nochmal den hier, mein aktueller Lieblingsriegel. Und hier könnt ihr auch mal sehen, wie schön lecker der von innen aussieht. Da sind wirklich dann noch ganze Erdnüsse drin. Der schmeckt wirklich echt wie so ein ganz normaler Süßigkeiten-Schokoladenriegel. Der ist nur leider ständig im DM ausverkauft. So, heute gibt's ein wieder sehr, sehr Foodblogger-würdiges Abendessen. Nicht, ne? Quasi Reste von gestern. Rosenkohl, Pasta, noch mit ordentlich Parmesan drauf. Und dann kam auch noch eine Frage, ob ich euch mal meinen Tisch von oben filmen kann mit dem, was da drin ist. Et voilà, da ist der Tisch von oben. Da sind eigentlich nur Zeitschriften drin, Karten, Fotos, ein bisschen Schnickschnack, was sonst keinen Platz findet. Also ich hab's eigentlich nicht besonders mit Sinn und Verstand irgendwie, Fernbedienung höre ich gerade, genau, mit Sinn und Verstand dekoriert. Guten Morgen allerseits. Heute wird noch mal herzhaft gefrühstückt. Es gibt ein leckeres Vollkornbrötchen von Keto ab. Guckt mal, das ist so richtig schön fluffig. Das werde ich mir jetzt noch ein bisschen auftoasten und mit meiner Lieblingskombi belegen. Na, wer kennt sie? Richtig! My lovely, lovely Lieblingskombi. Kräuterfrischkäse und Salami. Schmeckt so richtig lecker, wenn man die Dinger auftoastet. Ich hab euch den Link zum Shop nochmal in die Infobox gesetzt, aber ich glaub, ihr kennt das ja. Ihr bekommt 10% mit dem Rabattcode Sandra10. Und ja, ich kann euch die Sachen nur empfehlen. Die könnt ihr auch super einfrieren, mach ich auch immer. Und dann taue ich mir da ab und zu morgens mal so ein leckeres Brötchen oder Brot oder Waffeln. Da gibt's echt alles Mögliche. Und ja, die Sachen haben alle unter 3% Kohlenhydrate. Also absolut genial. Und ich bin dieses Jahr verdammt spät dran. Letztes Jahr, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, Backmarathon. 10 Sorten Plätzchen an einem Tag von morgens bis nachts. Gestern hab ich schon mal angefangen und hab hier Pralinen gemacht. Das sind Marzipanpralinen mit Amaretto, außenrum Schokolade und Streusel. Und dann hab ich hier einfach nochmal ganz klassisch Mandelsplitter gemacht. Ja, und Plätzchen, die sind auf jeden Fall auch noch heute, morgen oder ja, logischerweise vor Heiligabend dran. Und zum Mittagessen gibt es jetzt hier einen High-Protein-Vanilla-Pudding. Ich war heute Abend mit meinen alten Kollegen auf dem Kölner Weihnachtsmarkt in der Altstadt verabredet. Die Kamera hab ich da nicht mitgenommen. Ich hab mir ordentlich Glühwein genehmigt, 2-3 Stück oder so. Naja, geht ja eigentlich noch. Und eine Bratwurst mit Senf. Das Brötchen hab ich übrigens nicht gegessen, ich dämel. Und hatte danach im Brauhaus noch eine Frikadelle. Hab ich ganz vergessen, ein Foto von zu machen. Guten Morgen, gestern kam auch noch eine kleine Überraschung von Keto ab. So zur Weihnachtszeit fand ich voll lieb. Hier nochmal so eine Low-Carb-Waffel, die hab ich schon probiert beim letzten Mal. Die ist echt super lecker. Dann haben wir hier so einen Gewürzkuchen. Da hab ich übrigens gestern Nachmittag noch die Hälfte von gegessen. Schmeckt auch super. Auf die Nudeln bin ich total gespannt. Ich werd's euch wissen lassen, wie die schmecken. Und dann ist hier noch ein Low-Carb-Toastbrot. Und da werd ich auf jeden Fall gleich was zum Frühstück futtern. So seht ihr nochmal das Toastbrot von innen. Das sieht richtig gut aus, auch schön fluffig. Und wie gesagt, mach ich mir davon jetzt mal direkt was zum Frühstück. So, das gibt es jetzt also zum Frühstück. Zwei Scheiben hab ich mir getoastet. Wieder mit Lieblingskombine. Salami und Frischkäse. Hier das Eckchen war noch übrig. Das gibt's also auch noch. Den Rest hab ich übrigens eingefroren, scheibenweise. Und das gab's im Adventskalender. Und das gibt's eben jetzt auch noch dazu. Eine Lindkugel und ein kleines Mini-Kinder-Country ist es genau. Mh, schmeckt wirklich auch super lecker. Und das gibt's jetzt für mich direkt zum Mittagessen. Den leckeren Gewürzkuchen mit Mandeln und Schokolade. Und dazu ein großes Tässchen Kaffee. Hier ist schon mal die erste Fuhre. Das sind meine Vanillekipferl. Insgesamt zwei Bleche. Die kühlen grad ab. Und jetzt bin ich am Spritzgebäck dran. Lecker! So, nächstes Spritzgebäck. Das gibt insgesamt vier Bleche. It's Pizza-Time! Ist ja auch super praktisch, wenn der Ofen eh schon die ganze Zeit läuft. So, ne? Und das gibt's jetzt zwischendurch. Eigentlich ist das ja gar keine Pizza. Das ist die Lizza. Die kennt ihr bestimmt mit dem Low-Carb-Pizza-Bodenteig. Einmal ist die belegt mit Lachs. Und einmal mit scharfer Salami. Und bei beiden mit ordentlich Käse. So, und die letzten für heute. Die müssen jetzt noch ein bisschen fest werden. Da kommt da noch Puderzucker drüber. Und morgen früh zeige ich euch dann mal alles komplett. Guten Morgen! So, hier seht ihr jetzt nochmal alles auf einen Blick, was ich gestern und die letzten Tage so gemacht habe. Heute geht's dann noch weiter. Also, wir haben hier einmal das fertige Spritzgebäck mit und ohne Schokolade. Dann die Spitzbuben. Die mag ich super, super gerne mit Marmelade. Meine Vanillekipferl. Die gehen doch sowieso irgendwie immer. Hier sind noch Marzipankugeln mit Amaretto drin. Schokolade und Schokostreusel. Und dann haben wir hier noch ganz einfache Mandelsplitter. Heute kommen dann noch Nussplätzchen dran. Und ich wollte noch gebrannte Mandeln machen. Und das gibt es jetzt erstmal zum Frühstück. Griechischer Joghurt mit Beeren und zuckerfreien Schokoladentrops in weißer und Vollmilchschokolade. So, gebrannte Mandeln und Walnüsse wie vom Weihnachtsmarkt sind auch fertig. Und die kommen jetzt mal noch raus zum Abkühlen. Dann werden die auch schön in eine Dose verpackt. Aber einmal Knusperprobe. So, fertig. Ich glaube, das sollte reichen. Wir werden nicht verhungern über die Weihnachtstage. Ich habe jetzt hier noch Nussplätzchen gebacken. Sollten eigentlich Sterne werden. Ich habe aber jetzt hier einfach solche Thaler gemacht. Und halt eben auch nochmal zwei Bleche. Was gibt jetzt zum Mittagessen? Ich bin hier gerade am Putzen. Ich mache gerade mal Pause zwischendurch. Zwei Scheiben Low Carb Knäckeboot mit Kräuterfrischkäse. Hallo, ich schneide gerade das Food Diary hier und esse jetzt dabei mal ein kleines Riegelchen. Heute Abend gibt es Bolognese für meinen Freund mit normalen Nudeln. Ja, mal wieder Bolognese. Ich habe es eingefroren. Ich friere ja immer ganz viel Bolognese portionsweise ein. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal diese Low Carb Nudeln ausprobieren, die ihr vorhin gesehen habt. Bin ich mal sehr, sehr neugierig, wie die schmecken. Ich wollte euch mal zeigen, wie die so roh aus der Packung dann aussehen. So, so sehen die jetzt auf jeden Fall gekocht aus mit der leckeren Bolo, wie gesagt. Ich habe sie gerade schon mal trocken probiert. Ich finde die wirklich lecker. Na klar, die schmecken jetzt nicht ganz so wie normale Nudeln. Aber für so Low Carb Nudeln total super. Ich blende euch jetzt hier auch gleich nochmal eben die Nährwerte ein. Also auf jeden Fall total cool. Ich habe jetzt genau die Hälfte genommen, also 105 Gramm, 195 Kalorien und auf 100 Gramm 1,0 Gramm Kohlenhydrate. Das ist wirklich der Hammer. Ach so, böser Fehler. Parmesan vergessen. Da kommt natürlich noch eine, naja, ganz kleine Menge obendrauf. So, und die sind das übrigens hier. Ist alles in der Infobox verlinkt. Wie ist da Bescheid? Und noch kurzer Nachtrag. Also die sind echt lecker, aber sie sind so etwas trockener als normale Nudeln. Also solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Soße einplanen. So, aber jetzt ist eh nichts mehr mit Low Carb. Jetzt ist Weihnachten. So, meine Lieben. Viel habe ich gar nicht mehr zu sagen, außer ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch super schöne Weihnachtstage. Gönnt euch was. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich riesig auf euch 2019. Bleibt gesund und munter. Tschüss. 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 Tschüss.